Ja Freunde oder herzlich willkommen zum Let's Play von Minecraft auf der Adventure-Map. Ja, das habt ihr ja gehört. Die erste Folge kam bei den Black Angel LP. Das ist in der Videobeschreibung dann verlinkt und er wird jetzt einfach was vorlesen. Genau, hast du die Seite offen, Quest 4? Ja. Gut. A giant skull was summoned to life and threatens the ruin to town. Destroy Skeletor and reclaim peace to the village. Enter Skull Cave, defeat Skeletor. Ja, das haben wir jetzt schon hier unten gefunden. Und dann würde ich sagen, bleibt Martin auch die Ehre, auf Lübaton zu klicken. Was? Auf Lübaton. Martin, wo bist du? Auf den Knopf drücken. Hast du? Ja. Dann nimm das Schwert wieder in die Hand und drück auf Lübaton. Auf den Knopf. Lübaton. Lübaton. Hier. Rechtsklick. Rechtsklick drauf. So. Starting boss fight. Oh mein Gott. Vorwürdig, da ist Lava. What the hell is that thing? Ach du Scheiße. Ja, ich bin auch ein absoluter... Warte kurz. Now it's your time Skeletor destroy these punny humans. Leck mich am Arsch. Alter. Guckt euch den Kopf an. Das ist ein Skelett. Yes, Master. Alter, ich glaub der Skelettenkopf... Ach du Kacke. Die Augen sind aufgegangen. Ja, ich hab's gesehen. What the hell? Ach du Scheiße. Die muss zurückhauen. Benni komm. Zurückhauen. Aber von wo kommen die? Aus dem Mund. Aus dem Mund. Shoot their eyes. Oh oh. Heftig. 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 Ich hab ne andere Idee. Fall er grad mit nem Pfeil drauf. Ja. Ja. Flying Creepers. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, das müsst ihr jetzt verschulden. Wir haben hier unten die Monster. Ach du Scheiße. Martin, haut rauf. Ja. Pass auf, wenn du siehst. Raus, ne? Ich bin gleich tot. Hab einen, hab einen. Bin fast down. Bin fast down. Ich hab einen. Mhm. Hier oben ist einer. Ich hau. Pass auge auf die Knie. Ah. Schön. Ja, die müssen wir töten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verpisst euch. Alter. Gott Gott. Ich auch. Ich auch. Ja, ich mach euch tot, ihr Ficke. Hat der noch einen Brustpanzer übrig? Ja. 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 Oh nein, die hab ich in den Lava geschubst. Ja, egal. Alter. Boah. Ja, ich hab einen Brustpanzer. Ja, ich bin grad, äh, in den Kampf. Komm mal her. Äh, wie bist du? Da hinten. Geh mit dem mal. Geh mit dem mal. Geh mit dem mal schnell. Weil ich hab keinen Platz mehr. Oh. Ich hab einen. Echt, mehr töten. Mehr töten. Komm zu mir. Oh. Augen wieder. Passt auf, Leute. Passt auf, er schießt wieder. Habst du andere? Ja. Es ist schon wieder fliegende Creeper. Oh. Schützt ihr den Boden? Wir machen die Creeper. Was denn einfach alles töten, was um hier herum ist oder um die Stelle herum ist, ok? Ja, bei mir wird ein bisschen schwerer, weil ich hier oben bin. Ah. Wo bin ich da? Einfach alles töten. Einfach alle Skeletons töten. Boah, Alter, zu bellig. Alter, zu bellig. Verpust dich. Was war mit her hier? Ich mach euch davon. Oh. 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 Also hier bringen meine Sniped-Skills gar nichts. Ne. Oh. So wild wie die rumfliegen, Alter. Oh, Martin! Oh. Oh. Du solltest mich schützen oder Michel? Ah. Bei mir ist halt so wild. Oh. 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 Alter, die Ziele! Alter, Berlin, mach mich! Das schießt genau auf mich, ey! Augen sind wieder zu. Jaja, die sollen auch zu bleiben. Ja, die waren gerade auch. Ach du kacke. Pandos, you have to go inside the skull and break the blockhole in Skeletal's soul. Ach du scheiße, ich geh rein, ich geh rein. Schaffste? Hab ihn. Unlocked Heftroft. Ja, 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 ja! Nicht so laut. Ich werd erst mal was essen. Jaja, tu das mal. Ich muss auch eben was essen. Ich komm mir grad nur nicht raus. Weil hier ist alles voll mit... So, ich hab's geschafft. Habt ihr alles rausgeholt? Ja. Gut. Gearschwert. Gearschwert. Ja, ja, gut. Benutz das ruhig. Gearschuhe. Außer deine Schuhe und alles sind besser. Nein, ich hab nur Eisenstiefel. Also bei mir ist das Ding immer zu. Das ist ja nie was zu deiner Truhe. Hier ist ja nicht weiß. Ja, weil die schon alles rausgeholt haben. So, okay, wir können wieder zurück... Warte, ich lese mal eben das Quest... Äh, wieder vor. Martin, äh, Questbuch öffnen und auf... Äh, souls bei die... Ach so, souls currencies. Ach so, ähm, die souls sind Währungen. Ah, cool. Okay, das lese ich mal. Bist du auf Seite 6 von 16, Martin? Ja. Good. Souls currency. Obtain souls by defeating bosses and killing animals. Spend souls, äh, in the heaven shop. Assess via Altar through... Ah, äh, through out the map. Souls be deducted, äh, upon death. Okay. So, Sidequest 1. Hab ich jetzt. Kann ich wieder fertig machen? Wollen wir... Nein, du musst auf die nächste Seite. Seite 7 von 16. Oh nein. So. Sidequest 1. Farmer Reese needs help with a slime infestation problem. Search for the green slime and deliver the extract to the farmer. Visit farmhouse, search for green slime, bring back extract. Okay, jetzt kannst du auch fertig machen und hier hochkommen. Oh, jetzt muss ich ja die Rücken wieder hochlaufen. Ja, das nennt man Jump'n'Run. Achtung, ich höre irgendwo ein Zombie. Hä... Ja, weißt du, wo der ist? Wo? Das ist unser Hero. Ja, der hört sich aber an, eher wie so ein, äh, Typ. Wo muss ich hin? Kommt hoch, wa? Ja, hoch. Äh, hoch, äh, zu den Namen. Warte, ich guck mal kurz. Wo müssen wir hin? Ne, hier ist auch keiner. Raus wieder, unten. Wir müssen erstmal wieder in die Stadt. Ich würd' ja sagen, wir gehen mal einmal in diesen, äh, in diesen Heaven Shop rein. Naja, ich geh dann schon mal. Ja, ich komm mit. Ich bin vor dir. Martin kann Joanne folgen. Joanne darf ihm mal leiden. Ja, wie kommen wir hier raus? Da ist ne Tür. Ah, ich hab's ja. Joanne? Ich lass auch mal meinen Bogen hier. Ja, mein Bogen ist fast kaputt. Äh, ich hol mir jetzt erstmal hier ein neues Essen von ihm. Näh. Lol, wo sind jetzt meine... Geht doch. Wollte schon sagen hier. Ich hab jetzt erstmal ein neues Essen geholt. Hab ja genug. Oh, da geht's hoch. Lol. Lol. Leck mich. Gehst du hoch. Ah, wir sind schon mal in der Stadt. Ja, ja, hier hinten. Hier hinten. Schatz. Geh hinten. Ach, da. So, dann würde ich sagen, besuchen wir einmal den Heaven Shop. Pack erstmal alles auch in die Kiste rein. Genau. Martin? Hm? Hier, das ist ne ganz eigene Kiste für dich. Auf die kannst nur du zugreifen. Pack da mal alles rein. Die hier, wo? Ja, genau. Mach rechtsklick drauf und dann pack da mal alles rein. Nehmt ja auch Schwarzpulver an. Ich hab hier Schwarzpulver, hab ich hier. Ich hab hier, äh... Ja, pack einfach rein. Pack einfach rein. Pack einfach rein. Ne, Knochen und verrottetes Fleisch, äh, das gibst du dem Typen, der gibt dir dafür Essen. Ich hab hier Pfeile, hab ich hier. Ja, pack dir einfach rein. Nur alles rein, bis auf deine, äh, deine Rüstung, die du jetzt drin, die du jetzt anhast. Plus dein Schwert. Äh, ja. Eigentlich nur die, äh, also Schwarzpulver und die Pfeile hab ich da reingelegt. Ich mein nicht. Ja gut und, ja gut und die, äh, die anderen Sachen hast du alle mit. Und die Sachen im Inventar, wenn ich eh drücke, hab ich, äh, eh mit. Hast du verrottetes Fleisch und Knochen? Nein. Du hast doch grad gesagt, du hast Knochen. Ja, Knochen hab ich, ja, ja. Ja, aber verrottetes Fleisch. Hab ich noch nicht, nur das, was ich von dir gekriegt habe. Steak hab ich von dir. Ja gut, dann nimm die Knochen, klick auf diesen Ellern. Also wir merken, wir müssen ihm erst alles erklären, er ist neu. Mach Rechtsklick auf diesen Ellern. Geht ein Fenster auf, oder geht's grad nicht, weil Joanne den benutzt? Ich benutze ihn grad, jetzt kann er. So, mach Rechtsklick auf ihn, dann ist ein Fenster aufgegangen, ne? Jetzt hast du links, siehst du dieses verrottetes Fleisch und rechts siehst du Steaks, ne? Ja. Jetzt nimmst du die Knochen und packst sie unten in diesen Slot unter dem verrotteten Fleisch rein. Ja. Jetzt sind rechts Hähnchensachen bekommen, ne? Ja. So, und jetzt nimmst du das Hähnchen einfach raus. Auch mit dem Linksklick. Auch mit dem Linksklick. Und wir da reinpacken, boah? Und mit dem Linksklick und auf deine anderen Hühnchen, die du hast. Linksklick da drauf. Hab ich gemacht, jetzt hab ich sehen sie ja. Ja. Ja, gut. Hab ich mal genommen, Michel, ne? Ja, ja. Ja, du sollst sie nicht wegschmeißen, Martin. Warte kurz, ich mach das. Wie wegschmeißen? Habe ich jetzt weggeschmissen? Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, bitteschön. Dein Fleisch. So. Oh, das... Das ist für mich jetzt alles... Gut. Okay, dann mach mal rechtsweg auf den Heaven Shop. Seid ihr jetzt mitgekommen oder nur ich? Nur du. Okay, dann klickt auch mal drauf. Oh mein Gott, passt aber auf. Also, Belly, sieht das Bombe aus. Hier, Martin. Martin ist schon drauf. Ich bin schon da. Ah, ich auch. So. Komm hier hoch. Vorsichtig, die Treppen haben Löcher. Ach du Scheiße. Wollen die mich verarschen? So, was haben wir hier? Archangel Bow 545 Seelen. Archangel Sword 610. Boots 275. Helm. Das sind also alles Rüstung. Hier gibt's Essen. Ihr... Alto Belly. Also, ich kann mir nix holen. Ich hab nur 94 Seelen. Ich hab 111. Ich hab 111. Ja, also können wir noch alle noch nix holen. Ich hab 111. Also, du müsst... Dann, äh, müssen wir nochmal wieder zurück und, äh, die nächste Quest machen. So. Einfach draufklicken und wieder zurückkommen. Wo denn? Ja, einfach wieder... Da ist ein goldener Button wieder. Ach, der in der Mitte. Ja, genau. Da steht wieder Return to Home. Oder so. Ah. Ach. Wow. Ich hab auch was tropiert. Ah. Jetzt müssen wir den Farmer suchen. Sucht mal rum. Vielleicht findet ihr den Farmer. Aber ich glaube, ich hab ihn gefunden. Ah. Ah. Da war ich schon drin. Da warst du schon drin? Hier war nix mehr sonst? Nein. Dann ist das hier auch nicht der Farmer. Weiß ich nicht. Zum Wasser. Achtung, Achtung. Feinde, Juru, Schütte. Stopp, hab ihn. Guck mal kurz nach, ne? So, nice. Okay, fort. Ja, hab ihn. Du hast ihn? Äh, Michelle, 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 Michelle. Ah, da hinten das Haus. Komm mit. Komm mit. Da wollte ich schon hingehen, aber dann... bin ich wieder zurückgekommen. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ja, genau. Alter, das mit den Feldern sieht echt geil aus. Boah, Bombe, Alter. Kannst du aber auch kaputt machen, oder? Ja, aber das bringt nichts. Kriegst du nicht, ne? Ne. Das sieht echt geil aus mit den Feldern. Jo. Ähm. So. Bringt nichts. Okay. Äh, drück du mal rechts, ich links. Help, can you hear me? I'm trapped up here. Okay. Eins, zwei, drei. Äh, ich hab ne Antwort bekommen. Eins, zwei, drei. Ne, hier ist nix. Warte mal kurz. Was ist denn hier hinten? Woah, what the fuck? Hab ich mich jetzt erschrocken. Slimes. Oh, ja. Ja. Ja, er hat ja gesagt, er ist gefangen. Hey, ich will da rein. Weg da. Attacke. Wo seid ihr? Im Haus. What the fuck? Ach so, ich bin gar nicht drin. Ne, hier an dem anderen Haus. Das ist leer. Da hat's. Leer. Geh hinten. In dem. So. Thank you, strangers. Ja, entschuldige, ich hab hierhin kurz schon geöffnet. Oh. Oh, ich seh nix. So. Please. Warte kurz. Äh, that still doesn't fix the infestation problem. The village will start... Warte kurz. Äh, muss ich mal kurz gucken. Äh, staff, äh, we don't fix this. How can I help? The queen's time and kill, äh... Find the queen's time and kill it, bring me back its extract and I, and I may be able to find a cure. Side quest accepted. Okay. Hallo. Da... Er hat jemand geschrieben. Wo? Whatsapp, der Storecraft. Der Storecraft? Er hat gesagt, sorry, ich will noch tanzen. Ich dachte, abends sei es 19 bis 20 Uhr. Hab ich geschrieben, hab dich paar Mal angerufen, war sehr laut, er schreibt, sorry. Nein, 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 ist ja nicht schlimm, schreib ihm, wir melden uns später nochmal, wenn wir hier fertig sind. Okay, wir sollen jetzt die Queen finden, die Slime Queen. Wo könnte die denn sein? Im Lavasee. Wenn es hier einen gibt, würde ich mal sagen, wie im Feuer. Also hier ist das Wasser, das ist ein Wasserrohr, das hat er schon echt geil gemacht. Ja, das ist gut. Aber es muss irgendwo anders sein, irgendwo muss das anders sein hier. Das ist ja nur mit Feuer. Sucht mal, sucht mal einfach, sucht mal einfach. Sterbe gleich. Ja, ein S war's. Toll, ich bleib immer hängen. Klar, dass ich für diese Version kein Optifine drin hab, ey. Wo sollen wir jetzt Wasserrohr? Wir sollen jetzt einen Gegner für die, äh, die Königin finden. Wobei ich von dir aus... Oh mein Gott, ich glaub ich hab sie, ich glaub ich hab sie. Hinten am Wasser anfang? Nein, das Haus, das andere Haus, wo wir nicht reingekommen sind. Geht nicht mit meinem anderen Haus. Ja, ich bin, guck mal, hoch. Lol. Ich mein, ich guck grad von hier oben, aber das Haus könnte es wirklich sein, weil sonst ist hier nichts. Ja, ich kann außerdem rein in das Haus, ne? Oh. Wann, äh, melden wir uns denn bei ihm ungefähr? Keine Ahnung, wenn wir die sieben Folgen fertig haben. Wenn wir dann, wenn wir dann durch sind, dann, äh, dann wollte ich ihm, äh, wollte ich das noch mit dem anderen Map. Aber sag einfach, wir melden uns, wenn wir fertig sind mit der Map. Wir sind jetzt bei Folge 2. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Runter? Runter. Geht's auch hoch? Ne, runter. Vorsichtig, jetzt geht ihr in den Untergrund. Ja, ja. Vorsichtig, ne? Hier kann überall was lauern oder sofort irgendwie spawnen. What the fuck? Was sag ich? Hä? Schleimers! Ich komme! Boah, Alter! Big Mama! Big Mama, Alter! Hau drauf! Hau drauf! Hau, ich will aussehen! Whoah, ich hau vorhin ohne aus. What the fuck, wie ist sie jetzt hochgesprungen? Ah, Blöde Coo! Stirb! Jawohl. Oh, what the fuck. Noch nicht tot. Ich glaube, jetzt sind alle down. Ja. Ja, und ich habe auch Queen Extrakt. Martin, wo bist du? Hier. Du bist gerade in der Folge. Du bist der Folgleiter. Hier nimm das Extrakt und dann gehen wir jetzt wieder zurück. Oh. Oh, Menno. Ich freue mich dann auf 500 Jumps to succeed mit Martin. Oh, dieses blöde Springen. Der hasst das noch mehr wie Joanne. So, und dann kommst du einfach wieder rüber ins andere Haus und nach oben. Ich falle da und hier die Trippe runter. Bin ich um? Bin ich um? Bin ich um? Jawohl. Ah, ich folge euch einfach mal. So, ich muss rennen, rennen, rennen. Was ist eigentlich, wenn man irgendwas anderes da reinklatschen würde? Hey. Hey, mach die Tür auf. Tür auf. Okay, dann nicht. Was? Was hat das denn jetzt? Ja, der kommt mal schon durch. Komm, Schatz. Komm, wir lassen jetzt auf. Martin hat es durchgeschafft. Komm her, Martin hat es durchgeschafft. Die Macht. Ja, komm. Nee. Ja, komm, Martin. Äh, rechtsklick auf diesen Hopper und dann einfach das, äh... Martin. Ja. Hier, links. Hier, links. Rechtsklick und dann mit linksklick das Item reinziehen. Und mit... Und mit... Wie? Ewo? Nein, du machst rechtsklick auf diesen Hopper. Ja? Hast du jetzt, ist ein Fenster aufgegangen, ne? Ja. So, und jetzt nimmst du das, den Extract, das Extract, was du da hast, mit links... Und in der Leise, ich hab das in der Leise... Ich hab das in der Leise... Hier, nimmst du mit der Maus linksklick. Nimmst du mit der Maus mit linksklick. Hab ich. Ja, äh... Ja? Du sollst rechtsklick auf diesen Hopper machen. Ah, ja, 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 ja. So, und jetzt linksklick da reinziehen. In dem Hopper hier, wo? Genau, in den Trichter, in diese... In diesen, ein von diesen fünf Dingern. Da? Wasse? Da, ist weg. Er sagt nix. Es ist auch, wie soll er tun? Ich seh's nicht. Da, again, äh... Ja, ich musste hochkommen. I will be able to feed the people until the war on Eurobrients is over. Yeah, geil! Ich hab was bekommen. Drei Goldnuggets. Drei Goldnuggets. Cool. Nein, wollt ihr wissen, wie es geklappt hat? Wie? Ich bin runtergegangen, hab einfach den Schalter unten runtergetätigt. Ach so, okay. Gut. Ähm, gut. Wie es dann weitergeht mit der nächsten Quest, werdet ihr dann in meiner Folge erfahren. Und dann würde ich sagen, Martin hat das Schlusswort. Ja, bis dahin, Freunde. Tschüss! 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 Tschüss!